Musik Wer hat eine heiße, leckere Pizza bestellt? Ich, ich, ich will! Und ich, und ich! Tippe auf ein beliebiges, verfügbares Rezept, um es zuzubereiten. Pizza Hawaii Teig auslegen und ausrollen. Schneide die Ränder des Teigs ab. Verbinde alle Punkte in der richtigen Reihenfolge. Soße auf den Teig geben. Soße in Pfanne zum Teig geben. Wähle die gewünschte Zutat und füge die richtige Menge hinzu. Doppel. Soße in Pfanne. Und schaufe die Zutat. Düfteig. Gut komplett, gut restaurat. Jetzt kann ich aber die Zutat. Ich werde meine Zutat. Ich werde dich nicht gut sein. Lege die Pizza in den Ofen. Warte ein bisschen. Hole die Pizza aus dem Ofen. Pizza in Stücke schneiden. Verwende ein Messer und wähle aus, wo du schneiden möchtest. Zum Schneiden das Messer. Hier ist unsere leckere, heiße Pizza. Großartig! Erstaunlich! Habe eine gute Mahlzeit und einen wunderbaren Tag. Wer hat eine heiße, leckere Pizza bestellt? Ich, ich, ich will! Und ich, und ich! Tippe auf ein beliebiges verfügbares Rezept, um es zuzubereiten. Hippo Pizza Speziale. Teig auslegen und ausrollen. Schneide die Ränder des Teigs ab. Verbinde alle Punkte in der richtigen Reihenfolge. Pfanne zum Teig geben. Wähle die gewünschte Zutat und füge die richtige Menge hinzu. Ich liebe diese Leckere Deine. Ich liebe die Bege, die Bege und die Leckere Zutat. Ich liebe meine Jungen--scherken. Ich liebe die Bege. Ich liebe eure Feuchtvorbereiten, die Leckere Zutat hier. 1 2 2 4 4 4 4 5 Lege die Pizza in den Ofen. Warte ein bisschen. Hole die Pizza aus dem Ofen. Pizza in Stücke schneiden. Verwende ein Messer und wähle aus, wo du schneiden möchtest. Zum Schneiden das Messer befreien. Hier ist unsere leckere, heiße Pizza. Ja! Beeindruckend, das ist großartig. Habe eine gute Mahlzeit und einen wunderbaren Tag. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.